herzlich willkommen zur 170 folge von towns ja wir sind drinnen im spiel haben hier das treppenhaus letztes mal irgendwie so ein bisschen gemacht aber so ganz klappt das wohl nicht das ist der boden das ist so schwer zu sehen da ist der scaffold der muster weg haben wir ja dann geht man da eine und kann darum gehen ja geht dann um hier hin und hier geht es wiederum ein höher genau die frage ob die da so vorbeikommen aber es muss wohl so sein so dann sind sie hier können sie darüber gehen so da ist dann weiß ich nicht da ist der muss weg oder ist irgendwie schwierig zu sehen jetzt beinahe gesagt da muss doch noch ein scaffold hin oder ich mach mal den da hin ach so okay okay dann müssen wir noch mal weg machen das kriegen wir auch noch hin wir müssen aber erstmal gucken dass da irgendwas passiert gut okay da bleiben wir erstmal von wo hier ist glaubt was abgebaut worden gucken wir aber erst mal im keller wie weit sind wir denn hier ich glaubt er ist gerade zurückgegangen schade 12 ja da kommt wieder und noch einer der haut ab ich glaube die drei reichen erst mal da steht einer vor der tür kommt aber keiner rein hier ne unsere wachen sind da die pendeln da hin und her ja müssen wir mal gucken dass da noch einer reinläuft na wäre nicht schlecht oder jetzt läuft er wieder weg aber erst hier unten kaputt weiß ich noch nicht was haben wir denn hier so 56 aber wenn da wenigstens einer reinkommen würde oder nicht dann kommen wir noch mal hier oben da wird noch nicht abgebaut ok da ist noch ein bisschen höher kann man können die das überhaupt davon warum laufen da steine durch die gegend nach hier unten ist noch eine mauer die noch gebaut wird cool ok dann würde ich sagen können wir da noch ein paar steinchen draufsetzen und zwar von da bis da und nicht die shift taste gerückt und aus diesen gründen ist es wieder weg so und so hoch geht's da naja läuft da lang dann können wir auf jeden fall sogar auf die mauer drauf da geht's weiter da geht's auch noch weiter will aber nicht machen ok warten wir erst ab bis da fertig ist da müsste er jetzt das so gehen und hier müsste es bis da gehen dann kloppt das auch und hier bis da und hier dann ne das müsste das sein da kommt dann auch keiner hoch ja machen wir mal so und da passt es nicht übereinander oder wie sehe ich das ist aber jetzt auch nicht schlimm dann machen wir das so und so und dann passt es doch irgendwie wieder läuft ne da können sie ja da drauf gehen so schauen wir weiter da haben sie was zu tun aber wir müssen noch gucken dass wir bergleute kriegen glaube ne oder wie war das achso hier sind wir noch ein paar der ist ja schon fertig bergmann wie machen wir denn dann 2 erst ok und das ist auch noch fertig dann haben wir dann noch einen und hier fehlt ne hoseschuhe und ne waffe ok die werden das dann auch noch machen ok und das war jetzt aus würde dann funktionieren bis nach da und da muss ich doch cut destroy red flower da müssen wir gucken dass wir da auf jeden fall an stein hin machen ok wie weit das jetzt hier ist werden wir dann sehen ja lass uns das erstmal so weit bauen ob das hier so richtig ist ja wird wohl sehen wir auch wenn es so weit ist ok treppenhaus ist hier im treppenhaus was passiert so treppe das ist ein gang achso da geht es dann hier hoch geht es was ist denn da jetzt achso das ist auch ein scarfall kommt geht hoch hier ist ein stein passt hier ist jetzt noch einer drüber weil der da glaube destroyed werden muss boah ja da kommt dann aber der jetzt wird es wieder dunkel dann sieht man da ja gar nichts dann lassen wir das erst da gucken wir nochmal nach unten was unsere herrschaften hier machen ok da sind zwei drinnen das bedeutet hier machen wir close door hier machen wir unlock door und hier machen wir einen petrol point und wenn die alle rein laufen dann können wir das jetzt lösen wer sind denn das zwei sind es auf jeden fall sieht man so schlecht ne zwei sind es nur ist nicht viel aber da kommt die dritte person aber jetzt geht einer davon wieder pennen ich weiß jetzt nicht ob das da unten drei sind ja eins zwei drei mach den zu hier ist gar keiner mehr drinnen jetzt unlock und open door petrol point und los geht's da ist alles zu die sind jetzt dahin gelaufen close dann können die da weiter gehen erstmal und das waren schon ah ne dahinten ist noch einer at petrol point close and block door dazwischen ist aber gar kein punkt sehe ich gerade jetzt gehen die da hin und schlagen den kaputt und damit ist der punkt überflüssig kann weg und remove und unlock und unlock und unlock und unlock wo laufen die jetzt alle hin und da ist noch ein punkt ok weg gut jetzt haben wir die drei türen zu auf jeden fall und hier ist alles offen und hier sind noch zwei die noch sachen brauchen vielleicht holen die die da unten mal weg müssen wir mal gucken oder 72 kommen auch schon bald neue die steine werden hier alle hingebaut wie man sieht da kommt schon wieder einer das läuft eigentlich hier oben liegt auch gerade einer mit dem stein rum oder ok da oben wird auch gebaut mhm ne dann machen wir das mal so ne gut das ist ok das ist auch ok da wird weiter gebaut müssen wir dann mal schauen haben wir so einen schicken blauen weg gebaut der könnte man auch weiter ausbauen ja jetzt ist es gerade hier mal ein bisschen heller können wir mal gerade nach unserer treppe gucken so also da wo der scaffold ist muss eigentlich eine treppe hin und da ist ein tritt und da ich verstehe es nicht delete aber da muss noch einer drauf oder oder jetzt ist wieder dunkel jetzt sehe ich wieder nix ich glaube das wird eine ewige baustelle sein oder aber wir machen das anders und bauen irgendwo noch ein treppenhaus hin das ist fertig wird ich glaube am besten ist so eine treppe von außen die hier hoch geht ohne irgendwelche rundungen das ist am einfachsten zu bauen das funktioniert am einfachsten definitiv ja die sind da um abbauen oder nicht 75 oh guck mal die sind fertig das heißt Bergmann wie machen wir denn 4er ok dann geht auch noch ein 5er und was hat man hier sonst noch 7 holzfäller können wir auch noch ein oder anderen gebrauchen ja steinklopfer sind am arbeiten sagen wir es mal so Mauer wird weiter gebaut wie man sieht überall da auch ein bisschen hier wird sie auch gebaut oder wie sehe ich das aber das passt jetzt nicht so wirklich zueinander machen wir gerade die Steinmauer und wenn ich das so verlängern würde dann komme ich doch da raus hätte ich jetzt nicht gedacht gut dann machen wir das so auch der Händler ist auch noch da da oder kriegt doch noch mal 37 Erde hatten wir keine Träger mehr doch sind noch 7 da sollte eigentlich funktionieren naja schauen wir mal achso essen wollte ich nochmal reingucken äh 10 Brote 14 Äpfel 13 Bieren und kein Kuchen doch einen Radieschen so ein bisschen ist da zu essen wunderbar gut okay aber ich würde sagen für die Folge reicht es dann auch wieder ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss